Die Geschichte spielt 2015 in Tokio. Depp soll auf einer Pressekonferenz einen neuen Film vorstellen. Die Journalisten aber warten vergebens auf den Schauspieler. Die Geschichte von Johnny Depps Kampf mit dem Chupacabra geht viral. Ich kämpfte viele Stunden mit ihm. Denn dieses Tier ist zäh und sehr gemein. Ein Paradebeispiel, wie im medialen Zeitalter aus einer Provinzposse eine globale Verschwörungstheorie entsteht. Ich habe ihn dann aus dem 23. Stock geworfen. Wir werden ihn also nie wiedersehen.